Hi und herzlich willkommen zum nächsten Tutorial. Heute befinden wir uns in der Zinsrechnung und um dieses angehen zu können, brauchen wir zunächst erstmal eine allgemeingültige Formel. Und unsere allgemeingültige Formel, die gilt für ein Jahr und wird formuliert Zinsen ist gleich Kapital mal Prozentsatz durch 100. Das ist also unsere Ausgangsformel. Um das nun zu üben, habe ich jetzt drei verschiedene Aufgaben euch aufgeschrieben und bei jeder Aufgabe wird ein anderer Bestandteil gesucht. Wir gehen nochmal durch. Hier die Zinsen werden gesucht, hier wird das Kapital gesucht und hier wird der Prozentsatz gesucht. Okay, nun notieren wir uns zunächst erstmal bei der ersten Aufgabe die Grundformel. Z ist gleich K mal P durch 100. Wir überprüfen nochmal, es wird Z gesucht, also können wir auch schon das Ganze eintragen. 720 Euro ist mein Anfangskapital, das heißt also das, was ich beispielsweise auf meinem Sparbuch habe und das multipliziere ich mit 3% und errechne jetzt durch diese Rechnung, wie viel Zinsen ich am Ende auf meinem Sparbuch habe. Dann nehme ich meinen Taschenrechner dazu und tippe ein. 720 mal 3 durch 100. Ich erhalte 21,60 Euro. Das sind die Zinsen, die ich am Ende des Jahres beispielsweise von der Bank bekomme. Das heißt also mein Endbetrag, den ich auf meinem Sparbuch hätte, würde sich aus 720 Euro plus den 21,60 Euro zusammensetzen und somit hätte ich dann 741,60 Euro auf meinem Konto. Okay, gucken wir uns jetzt die zweite Aufgabe an. Hier wird das Kapital gesucht und zunächst erstmal, wie immer, nehmen wir unsere Grundformel und notieren die. K mal P durch 100. Nun müssen wir umstellen, weil wir das Kapital suchen, bleibt das Kapital auf der rechten Seite stehen. Wir multiplizieren hier mal 100 und wir dividieren hier durch P. Das heißt auf der linken Seite bleibt weiterhin Z bestehen und mal 100. Und das Ganze teilen wir durch P, den Prozentsatz. Nun tragen wir alles ein. Z sind meine 352,50 Euro mal 100 und teilen das Ganze durch 5%. Damit bekomme ich dann das Kapital raus, was ich am Anfang angelegt habe, so dass ich 352 Euro als Zinsen bekomme. Ich tippe also ein. 352,5 mal 100 und teile das Ganze durch 5 und erhalte ein Kapital von 7050 Euro. Das ist mein Startkapital am Anfang des ersten Jahres. Okay. Und der dritte Pfeil. Hier wird der Prozentsatz gesucht. Das heißt also, auch hier wieder formuliere ich mir die Grundformel Z ist gleich K mal P durch 100 und löse die Formel, indem ich sie umstelle nach P, also nach dem Prozentsatz. Das heißt, auf der rechten Seite bleibt P stehen, auf der linken Seite bleibt Z stehen. Ich teile durch P und multipliziere mit 100. Auf der linken Seite mache ich das auch. Ich multipliziere mit 100 und teile durch P durch K und notiere nun folgendes. 312 mal 100 durch 3500. Nun nehme ich mir auch wieder den Taschenrechner und tippe das Ganze ein. 312 mal 100 durch 3500 und erhalte 8,91 Prozent. Das Ganze noch unterstreichen.